Hallo, das ist der Kandru, das ist der Flapp. Wir sind Fratelli B und wir sitzen gerade bei den Flappi in der Stube. Wir warten gerade auf die Jungs vom Black Cap Store. Wir fahren jeden Moment ein und wir designen das Fratelli B Cap. Wir freuen uns wahnsinnig und sind gespannt, dass alles möglich ist. Wir stellen euch das ganze vor. Was ist euer Wunsch? Was gewönt ihr euren Flappi? Das Erste, was wichtig ist, ist, dass es ein Snapback ist. Das ist die Pflicht, wenn wir ein Cap machen, dass es ein Level besser und cooler als das Letzte werden. Ganz schlicht einfach anfangen, dass wir vorne ein Logo drauf tun. Mit einem schwarzen Hütchen. Genau, prinzipiell findet man schlicht immer ein Poolstück. Hinten der Snapback soll man schwarz machen. Soll man wie abgesprochen zum Territipring. Das kann man gestalten, wie man es haben würde. Ja, ich glaube schon FDB sicher. Irgendwann kannst du mal Teddy Records oder so. Das ist generell ein super geiles Detail. Das zeigt eben auch, dass das gesamte Cap in dem Sinne extra hergestellt wurde. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.